Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Rayman Origins. Wir ge... Oh. Ja, wir sind ja beim letzten Mal da stehen geblieben und sind jetzt hier mal eben schnell durchs Tor. Und es gibt wieder Eis. Ich liebe Eis. Ihr wisst das ja selber, ich hatte da beim letzten Mal beim Eis nicht wirklich so den... Ja, Spaß kann man nicht sagen. Ich hatte sehr viel Spaß, aber was war das? Da habe ich irgendwas verpasst. Oder auch nicht, weil wir können ja hier hochlaufen, so wie es aussieht. Und da schreit mich ja auch schon wieder was an. Ach, guck an. Ah, irgendwo müssen wir lang. Moment, das war nicht so gut. So, da rüber und rüber fliegen, genau. Aber wo schreien sie jetzt? Ach du Scheiße, wolltest du mich verarschen? Irgendwo brüllt er? So, den hauen wir zu klump. Hier gehen wir mal runter. Na? Hier müssen wir irgendwo... Ah, guck an. Da hinten sind sie am Schreien. Da gehe ich jetzt gleich mal hin, nachdem wir die umgebracht haben. Jawohl. Und da haben wir die ersten Electoons. Die Münze haben wir leider verpasst, aber wir haben ja schon fast 100. Ach, du... Moment, die können wir doch alle zerklopfen, wenn wir da lang gehen. Oh! Meine Fresse, war das knapp. Allerdings haben wir jetzt halt keine... Ne, wir haben keine Looms bekommen, dafür, dass wir die getötet haben. Hm. Gucken wir mal, wie das Level ausgeht. Ob wir wieder alles kriegen oder diesmal was verpassen. Weil, wie gesagt, die Münze nicht, die Looms gerade für die Gegner nicht bekommen. Hm. Müssen wir abwarten. So, da geht's auf jeden Fall die Wand lang. Haha. Da wollte er mich verarschen. Hehe. So, sonst... Sieht's aber auch nicht aus, als ob hier noch was ist. Ne, das ist ein Rayman, der da schreit. Ich hab jetzt gedacht, das wären doch irgendwie Electoons oder Looms. Ne, Looms schreien ja nicht. Die singen ja nur, wenn man den König einsammelt. Oh, und hier ist wieder schön der Ton weg. Ich werd mal versuchen, ein bisschen leiser zu sprechen. Oh, da müssen wir hoch. Gut. Haha. Ach du Scheiße, kommen wir da irgendwie hoch? Ne, Moment, können wir da an der Wand langlaufen? Ich probier's mal, mit der anderen Wand lang zu laufen. Ne, er geht automatisch runter. Oh, Glück gehabt. Auch mit Zufall nur die Münze gefunden, aber was soll's. So, hier am Bad zupfen. Ach du Scheiße. Na? Jawoll, die haben wir alle gekriegt. Und dann da lang. Sieht so. So. Die haben wir auch einmal umgeboxt. Und da haben wir... Oh, oh, da war aber Glück gehabt, dass wir da losgelassen haben. Aua. 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 Oh, hauen können wir die also nicht. Das heißt, selbst wenn wir mit der Faust drankommen, haben wir da ganz schön böse Aua. Dann würde ich sagen, machen wir das Spielchen nochmal. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Jawoll. Die hauen wir... Oh, den hauen wir auch nochmal weg. So, und dann müssen wir jetzt nochmal da irgendwie... Rund... Ey. Genau, da wollte ich nämlich hin an die Münze. Uah, nein, 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 nein. Oh, Mann. So, und jetzt haben wir da oben noch die beiden. Einer fehlt noch. Zwei sogar. Heiligsblechle. Hm. Ey. Ja, da sind wir tot. Ich weiß nicht, warum wir es jetzt nicht geschafft haben. Ich stelle mich wieder an wie der letzte Mensch. Hm. Ey. Ja, genau das solltest du machen. So. Die nochmal weg. Ich glaube, ich... Warte, Moment. Ich versuch's mal so. Am besten wär's gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Wenn die unten sind. Da war ich wieder ein bisschen voreilig gewesen. Aber soll's... Soll jetzt nicht weiter stören. Wow. Da haben wir auch wieder Glück gehabt. So. Hier lang, da runter. Dann versuchen wir's hier nochmal. Naja, das geht nicht. Aber hier können wir lang. Sehr schön. Und die Looms da oben sind wir jetzt relativ egal. Obwohl, da hätten wir vielleicht doch nochmal dran gekonnt. Ach Mist. Ach Mist, der geht nicht. Lassen wir das. Rauen wir hier das Auge zu klumpen und gehen wieder raus. Da sind wir wieder in der schönen Welt des Eises. Ach nee. Aber wenigstens ist hier kein Eis, sondern nur... Sondern nur... Jawohl. Haben wir dich gekriegt. Und auf geht's. What? Mist, da hätten wir fliegen müssen. Ach Mann. Und ich sollte vielleicht auch in die andere Richtung lenken. Genau. Dann klappt das auch mit dem Fliegen. Und Eis. Unser bester Freund. Boah, du Sau. Hä? Ah. Hä? Gut. Hat super geklappt. Ist aber doch ganz schön anstrengend, so auf... ähm... Blind drauf loszuspielen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob da irgendwie was geschrien hat nach uns. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele wir überhaupt schon gefunden haben. Gehen wir nochmal rein. Wir sehen es ja gleich, wenn wir durch sind. Also Ziel ist auf jeden Fall, mindestens die versteckten Kisten zu finden. Ja, super. Oh! Arschloch. Da will das Spiel mich total verarschen. So ein Mist. Gut. Da mal drüber. Und da hat was geschrien. Ich hab's genau gehört. Ist das da unten? Komm, wir testen's einfach mal. Wenn wir sterben, sterben wir. Gut. Haben wir super getestet. Hat also... War also richtig. Ach du großer Gott. Ja, was war das denn? So. Nein! Ach, Mann. Nochmal. Aber das wäre ja gelacht, das wird mir das Land hier nicht schaffen. Super. Wo? Wo ist er eben? Ist ja nicht vorher noch einer draufgestanden. Jetzt hab ich gar nicht gesehen, was mit dem passiert ist. Aber was soll's? Lauf, 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 lauf. Gut, da haben wir's geschafft. War locker, locker, leicht und flockig haben wir's hingekriegt. Das war auf jeden Fall der zweite und damit müssen wir alle Looms zusammen, äh, Alldecktuns zusammen haben und... Ich hoffe, dass wir noch die restlichen 40 oder 50 von denen kriegen, die wir brauchen. So, die haben wir auf jeden Fall. Das war super. Und ich befürchte bald, dass das hier das Ende ist. Nein, zum Glück noch nicht. Ach du Scheiße, was gibt's das denn? Hallo? Hä? Ja? Ah! Okay. Geh mal zurück, bitte. Ich will die Looms noch haben. Gut, hat geklappt. Aua, was war... Nee. Na gut, aber wenigstens wissen wir jetzt, wie wir da weiterkommen. Ein bisschen uncool bleibt. Wie bitte? Lass mich nochmal runter, bitte. Die scheiß, scheiß komischen, äh... Ich weiß gar nicht, was das sind. Motten oder was soll das sein? Ne, ach scheiße, nochmal runter. Was sind denn, was sind das für komische Viecher? Fliegen waren das irgendwie nicht. So. Ach, müsst nicht hüpfen. Hauen. Hau dir einen Wolf! Jep. So schwer war es nicht. Wir sind oben angekommen. Haben aber immer noch nur 281. Aber es scheint doch auch noch nicht das Ende zu sein. Das freut... Hallo? Junge? Ja, geht doch. Du haust uns auf gar keinen Fall. Ach, du heiliger Heiland. Mist. Verdammt. Ja, hätten wir es doch fast geschafft. Also, da muss ich noch ein Stückchen höher mit dem. Ist ganz schön knifflig. Muss ich schon sagen. So. Gehen, hauen. Weiterhauen, weiterhauen, weiterhauen. Und los rennen! Da weiter. Bleib mal hier. Geh mal runter. Gut. Das war wieder so eine knappe Sache. So, was haben wir hier. Ach, wir sind schon oben. Okay. Gut. Und wir haben hier alles. Dürfte jetzt Ende sein. Gott sei Dank. Ich freue mich. Gut, alle gekriegt. Den hätten wir jetzt auch gar nicht mehr hauen brauchen für den letzten Loom, der uns gefehlt hätte. Und damit ist das Level beendet. Gut, geht, geht, geht. Ich werde jetzt auf jeden Fall in nächster Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aufnehmen. Was heißt noch ein bisschen mehr, also die Folgen schneller, nicht schneller rausbringen, sondern schneller hintereinander aufnehmen. Vielleicht in einer Aufnahme Session zwei Welten, weil ich möchte nach Möglichkeit das nächste Projekt wieder anfangen. Welches das sein wird, habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Ich habe da noch ein paar in Aussicht, die ich gerne machen würde. Aber das ist alles so eine Frage, ob ich das, äh, ob ich das jetzt schon mache, weil die doch schon relativ lang sind. Haben wir jetzt schon genug? Ich weiß gar nicht, steht gar nichts bei, wie viel wir dafür brauchen. Ach, wir können schon rein, cool. Ja, dann machen wir doch erstmal eben das Schatzlevel, was jetzt ist mein größter Freund ist. Bisher hatten wir immer ein paar Problemchen mit diesem Level. Oh mein Gott, der will mich hauen. Ich muss weg. Hui. Hui. Ach, du, wolltest du mich... Oh, du alter Kackspaten. Obwohl, bisher geht's. Hör mal, knapp. Ja. Das glaubst auch nur du. Und... Runter da. Höh. Nein, scheiße. Ach, du scheiße, wie soll das... Oh, das ist ja... Das ist ja Krampf. Das ist schon fies. Bis zu der Stelle ging's. Da haben wir es locker geschafft. Und jetzt kommt der Krampf. Ah, noch ist gut. So, ich krieg dich, du scheiß Ruhe. Komm her. Hm. Ist nur jetzt gleich die Frage, wie wir da weiterkommen bei dem Wasser. Ja. Ja, das klappt ja alles recht gut. Jawoll. Ach, Mann. Hüpf doch. Weiter. Lauf, 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 lauf. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Na gut. Aber wieder weitergekommen. Ich krieg dich noch. Oh, das ist ein Mistviech. Jawoll. Ich werd jetzt nochmal ein bisschen leiser sein. Und mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Gut. Hat super geklappt. Jetzt muss nur noch das... Oh. Oh, war das knapp gesagt. Aber das Level super gut geschafft. Beim dritten Anlauf hatten wir beim letzten Mal überhaupt nicht so. Und ich denke mal, dass wir das Zähnchen jetzt als nächstes abgeben werden. Schatz ist geschafft. Wir haben noch zwei Level vor uns. Bin ich auch gespannt, was das... Ach, guck mal. Das ist schon jetzt das nächste Level. Ist ja schon das mit dem Weg freimachen. Dafür werden wir wahrscheinlich genug Loom zu haben. Ich drücke auch immer irgendwie die falschen Tasten. Da ist auf jeden Fall, wo wir das nächste hin müssen. Und hier gehen wir das Zähnchen ab. Komm her, Opa. Da, hasse. Nummer 5. Oh, du froh, der sich uns zwingert und sucht. Ja, wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, die Frau habe ich auch wieder weggeschickt. Ist im Moment mein großes Hobby, Frauen weggeschickt. Damit ich ein bisschen zocken kann. Aber das neue Projekt, was ich jetzt gestartet habe. Wir haben jetzt zehn Parts schon aufgenommen. Ist ein Projekt, was ich mit der Frau zusammenzocke. Beziehungsweise ich zocke und sie kommentiert mit. Und es ist auch das erste Spiel, was englische Synchronsprecher hat. Wir können nun dank der Elektoons, die du freigelassen hast, eine magische Brücke errichten. Eine magische Brücke errichten. Der Weg der Elektoons. Ne, und wie gesagt, also sie ist halt mit dabei. Sagt, wo wir am besten lang gehen sollten und sowas alles. Weil ich mich da ja so schlecht entscheiden kann. Außerdem möchte ich mal mit ihr ein Projekt zusammen machen. Entschuldigung. Und es ist halt auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Aber so viel Gelaber ist in dem Spiel nicht. Deswegen denke ich, dass das ganz gut trotzdem ankommen wird. Auch wenn es ein älteres Spiel ist. So, der Weg der Elektoons. Auf geht's. Gehen wir mal durch. Ja, ja, der erzählt sowieso immer dasselbe. Ach du, ach du Scheiße, was geht denn hier? Wind. Oh, hey, nicht so schnell. Komm ich da irgendwie hoch? Ne, ach du Kacke, der Winter trägt uns. Gut, da haben wir einiges verpasst. Werden wir wahrscheinlich noch mal machen müssen, ja. Ey, das ist ein fieses Level. Hätte ich, glaube ich, fliegen müssen. Oh! Der Wind, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber nur geringfügig. Ich glaube, da hätten wir uns fallen lassen müssen. Da hätten wir wieder fliegen. Und da sind wir schon wieder tot. Heilige Scheiße, was ist denn das für ein Level? Nein! Hör doch mal auf, Mensch! Oh Mann, stelle ich mich hier luschig an. Hier bleiben. Solange ich auf der Erde bin, passiert mir beim Winden nix. Ja, ich wusste es. Nur da komme ich wahrscheinlich nicht mehr dran. Ne, sieht nicht so aus. Ach, Mann. Ey! Lass mich. Komm mal her. Da runter, bitte. Genau. Ey. Ey, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich komme da nicht zurück. Wie soll das denn funktionieren? Gut, das haben wir jetzt so weit hingekriegt. Das auch. Das auch. Das auch. Diese werden schon eng. Aber die haben wir noch gekriegt. Oh nein! Oh Mann! Na, was soll's. Wie es hier an diesem Level weitergeht, seht ihr dann auf jeden Fall morgen im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es heißt, let's play Rayman Origins. Ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao! Ciao! Ciao!